Welche Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler gibt es? Warum ist es so wichtig, diese genau zu kennen? Und gibt es eine Möglichkeit, diese Fehler abzuschalten? Dies und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Wenn du also keine weiteren Videos verpassen und den Erzieherkanal unterstützen möchtest, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Video. Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler treten bei so ziemlich jedem Menschen auf. Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im Alltag. Wirklich objektiv zu beobachten ist wirklich schwer und verlangt viel Übung. Wird die Beobachtung mit subjektiven, falschen Interpretationen vermischt, können daraus falsche Informationen geschlossen werden. Man spricht von einem Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler, wenn es zu einer Fehlleistung häufig in Form von den eben angesprochenen subjektiven Falschinterpretationen beim Beobachten von Verhalten kommt. Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler basieren auf der subjektiven Wahrnehmung oder Bewertung des Beobachters. Für die Professionalisierung des Beobachtungsprozesses im pädagogischen Kontext ist es hilfreich, das eigene Verhalten hinsichtlich der gängigsten Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler zu reflektieren. Es ist also ein theoretisches Wissen dieser Fehler notwendig, aber ebenso die Reflexion des eigenen Verhaltens auf diese Fehler. Da die Fehler aufgrund der subjektiven Wahrnehmung von Menschen entstehen, lassen sie sich nicht völlig abstellen. Daher ist es zur Reduzierung von Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehlern zwingend notwendig, diese zu kennen und sich diese immer wieder bewusst zu machen. Praktisch ist, dass sich dies nicht nur im pädagogischen Alltag anwenden und üben lässt, sondern in allen Bereichen, in denen man auf Menschen trifft. In diesem Video wollen wir uns die acht häufigsten Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler genauer anschauen. Der Einstellungsfehler Beim Einstellungsfehler wird die eigene Meinung vom Beobachter generalisiert und zum Maßstab genommen. Die Beobachtung wird also auf Grundlage der Einstellung des Beobachters interpretiert. Eine Erzieherin erlebt beispielsweise, dass einige Jungs in ihrer Gruppe wilder und aktiver spielen als die Mädchen. Sie bildet sich so eine Meinung über Jungs und generalisiert diese, bewertet zukünftig unbewusst das Verhalten von Jungs unter dieser Grundlage. In einer Beobachtungssituation mit einem ansonsten sehr ruhigen Jungen wird die Beobachtung der Erzieherin aufgrund des Einstellungsfehlers verfälscht. Der Halo-Effekt Beim Halo-Effekt wird aufgrund einzelner Eigenschaften einer Person auf andere Eigenschaften der Person geschlossen. Es wird also aufgrund einer einzelnen beobachteten Eigenschaft auf das gesamte Verhalten der Person geschlossen. Beispiel kann eine bestimmte Verhaltensweise sein, aber auch das Alter, das Geschlecht, eine Behinderungsform, der soziale Status und vieles mehr. Aufgrund einer dieser Eigenschaften werden falsche Schlüsse gezogen. Die eine Eigenschaft überdeckt sozusagen die Individualität der Person. Der Halo-Effekt tritt häufig auf, ist aber auch nicht immer von Nachteil. Stell dir vor, du hast dich verletzt und kommst in eine Notaufnahme. Jetzt stell dir zwei Varianten vor. Variante 1, die Ärztin trägt einen weißen Kittel. Variante 2, die Ärztin trägt ein T-Shirt, eine Jogginghose und hat einen kaputten Schuh. Du wirst dich sehr wahrscheinlich für Variante 1 entscheiden und dich von der Ärztin im Kittel behandeln lassen wollen, obwohl die Kleidung wirklich gar nichts mit den medizinischen Kompetenzen der Ärztin zu tun hat. Der milde Effekt und der strenge Effekt Bei diesen Fehlern wird auf bestimmte Verhaltensweisen beim Beobachten mehr Gewicht gelegt. Die Verhaltensweise wird unbewusst entschuldigt oder unbewusst verurteilt. Bei dem milde Effekt werden erwünschte Verhaltensweisen übergewichtet. Beim strenge Effekt werden unerwünschte Verhaltensweisen übergewichtet. Ein Kind hat vor längerer Zeit sein Vater durch einen Unfall verloren. Die Erzieherin hat dies ebenfalls sehr getroffen. Unbewusst entschuldigt die Erzieherin aufgrund von Sympathien dem Kind gegenüber ein mögliches Fehlverhalten. Ein anderes Kind kommt aus einer sehr reichen und elitären Familie. Die Eltern sind der Erzieherin wirklich unsympathisch. Die Erzieherin beobachtet unbewusst strenger das Verhalten des Kindes und verurteilt Kleinigkeiten stärker als bei anderen Kindern. Der Kontrastfehler Ein Kontrastfehler entsteht dann, wenn ein Verhalten oder eine Eigenschaft beobachtet wird, welche bisher untypisch für das Kind war und dadurch zu hoch gewichtet wird. Es wird durch den Beobachter der Fokus hauptsächlich auf das neue Verhalten oder die neue Eigenschaft gelenkt. Dadurch wird die Beobachtung und Wahrnehmung verzehrt. Der erste Eindruck oder auch Primacy-Effekt Der Primacy-Effekt stellt ein Gedächtnisphänomen dar. Dieser Effekt besagt, dass dem ersten Eindruck einer Person deutlich mehr Gewichtung geschenkt wird, als den folgenden Eindrücken. Wenn der erste Eindruck einer Person negativ ist, dann werden die darauf folgenden Eindrücke der Person vom ersten Eindruck sozusagen überschattet, auch wenn sie objektiv gesehen positiv verlaufen. Wenn der erste Eindruck einer Person positiv ist, dann werden die darauf folgenden Eindrücke der Person durch den ersten Eindruck sozusagen entschuldigt, auch wenn sie objektiv gesehen negativ verlaufen. In beiden Fällen ist ein Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehler aufgetreten. Die Beobachtung ist verzehrt und nicht objektiv. Der letzte Eindruck oder auch Recency-Effekt Neben dem ersten Eindruck ist auch der letzte Eindruck prägend und kann die beobachtete Gesamtheit einer Person verzerren. Steht ein Elterngespräch an und das Kind war kurz vor dem Gespräch im Grunde im Alltag wirklich anstrengend und hat sämtliche Regeln gebrochen, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass die pädagogische Fachkraft im Elterngespräch aufgrund des letzten Eindrucks ein verzerrtes Gesamtbild des Kindes wiedergibt. Fehler zur zentralen Tendenz Bei dieser Fehlerart wird sich an einem Durchschnitt oder Mittelwert orientiert. Das kann zum Beispiel auftreten, wenn extreme Wertungen vermieden werden sollen. Ein Kind ist im sozial-emotionalen Bereich sehr auffällig. Dem Erzieher ist es unangenehm, dieses Extrem so zu benennen und mildert die Beobachtung ab und orientiert sich am durchschnittlichen Verhalten der anderen Kinder. Es kann auch zu dem Fehler der zentralen Tendenz kommen, wenn nicht genügend Beobachtungen oder Daten vorliegen, wenn die pädagogische Fachkraft einen bestimmten Bereich zum Beispiel gar nicht gezielt beobachtet hat. Dann wäre es ein Fehler, sich am Durchschnitt zu orientieren oder eine neutrale, mittlere Einschätzung abzugeben. Der Projektionsfehler Zu einem Projektionsfehler kommt es, wenn die eigenen Einstellungen, Erfahrungen, Probleme und Eigenschaften auf die zu beobachtende Person übertragen werden und auf dieser Grundlage bewertet wird. Die Eltern eines Erziehers haben sich in seiner Kindheit getrennt. Er ist bei einer sehr strengen Mutter mit autoritärem Erziehungsstil aufgewachsen. Insgesamt führt der Erzieher aber ein glückliches Leben und beschreibt seine Kindheit als positiv. Ein Projektionsfehler wäre es, wenn der Erzieher seine Erfahrungen als Scheidungskind auf seine professionelle Rolle als pädagogische Fachkraft bezieht und alle Scheidungskinder der Einrichtung mit besonders autoritärem Verhalten versucht zu erziehen. Er projiziert dann seine eigenen Erfahrungen auf die Lebenswelt der Kinder. Was ist deine Meinung zu den Beobachtungs- und Wahrnehmungsfehlern? Konntest du durch dieses Video etwas lernen? Dann gebe doch gerne einen Daumen nach oben. Oder hat dir etwas gefehlt? Hast du Ergänzungen zu dem Thema? Dann schreibe gerne einen Kommentar. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Wenn du dich für ein Video zum Thema Resilienz interessierst, dann klicke hier. Oder für das aktuellste Video auf dem Erzieherkanal, klicke hier. Oder lasse hier ein kostenloses Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.